Vom Routenfest 2022 zeige ich euch in diesem Film die Turmfalken bei der Routenfesteröffnung vor dem Lederhaus. Ja, meine Damen und Herren, es ist mir eine ganz besondere Ehre, dass ich hier nun die Turmfalken Ravensburg e.V. begrüßen darf. Gegründet wurden die Turmfalken am 25. Februar 2022. Die Gruppe besteht aus 16 jungen Frauen, denen die beiden Fahnenschwingerinnen vorstehen. Die Gruppe besteht aus 16 jungen Frauen, denen die beiden Fahne im Festival geven. Wir müssen hier übrigens freuen. Die Gruppe besteht aus 16 jungen Frauen, denen die beiden Fahne im Festival getrachten kann. Applaus Applaus Applaus